Hallo, mein Name ist André Krämer. Ich bin selbstständiger Softwareentwickler, Trainer und Consultant. Als Softwareentwickler lieben wir es, das Rad neu zu erfinden und alles lieber selbst zu programmieren. Und das Rad, was wohl am häufigsten neu erfunden wurde und immer noch wird, ist der Datenzugriff aus einer Microsoft.NET Anwendung auf eine relationelle Datenbank. Dabei ist der Datenzugriff bereits seit Jahren ein gelöstes Problem. Schließlich gibt es mehrere sogenannte objektrelationale Mapper für das .NET Framework, durch deren Einsatz man viel Arbeit sparen kann. Da diese Frameworks sich allerdings für einige Projekte als zu schwergewichtig und unflexibel herausgestellt haben, gibt es seit einiger Zeit nur noch eine weitere Alternative, Micro-OR-Mapper. In diesem Videotraining möchte ich Ihnen den Einstieg in die Arbeit mit Micro-OR-Mappern erleichtern. Ich werde Ihnen erklären, was Micro-OR-Mapping ist und welche bekannten Vertreter es für das .NET Framework gibt. Anschließend werde ich Ihnen zwei Micro-OR-Mapper im praktischen Einsatz zeigen, Depper und Peter Poco. Für beide Bibliotheken werden wir die typischen CRUD-Anwendungsfälle, also Create, Read, Update und Delete durchgehen. Außerdem werden wir uns einige erweiterte Szenarien wie das seitenweise Laden von Daten oder auch das Laden von hierarchischen Daten ansehen. So, und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Videotraining Datenzugriff mit .NET Micro-OR-Mapper.